Hallo, da bin ich wieder, eure Sabine Blumenthal. In diesem Video geht es noch einmal um das Sehen. Ganz speziell erfährst du etwas über die Leistungen von Auge und Gehirn beim scharfen Sehen nah oder entfernte Objekte sowie beim räumlichen Sehen. Am Ende dieses Videos weißt du, wie sich unser Auge an das Sehen nahe oder ferne Objekte anpasst und kannst den Begriff Akkumulation erklären. Außerdem weißt du, wie genau das räumliche Sehen funktioniert. Als Voraussetzung solltest du den Bau und die Funktion unseres Auges kennen. Unser Auge ist schon ein erstaunliches optisches Gerät. Egal, ob ein betrachtetes Objekt weit entfernt oder nah dran ist, wir können es mit gesunden Augen scharf sehen. Ein Fotoapparat ist ein dem Auge nachempfundenes optisches Gerät. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Don't come. Don't come.